Ich bin Asuka Kurashina. Also ich heiße Masaya Hinata und das da ist Misaki Tobisawa. Wir besuchen beide die zweite Klasse des Kunahama-Instituts. Da du unsere Schuluniform trägst, müsste man dich doch schon über die Graf-Schuhs aufgeklärt haben. Das Vier-Insel-Archipel ist eine besondere Zone, in der man die Graf-Schuhs als Transportmittel benutzen darf. So, jetzt musst du einfach nur noch deine Fersen ein bisschen anheben. So etwa? Genau. Und wenn du bereit bist, sagst du zu deinen Schuhen Fly. Fly! Am Kunahama-Institut kann es keiner mit mir, Satoin, im Flying Circus aufnehmen. Flying Circus? Flying Circus wird gewöhnlich über dem Meer gespielt. Man kämpft eins gegen eins und derjenige, der in zehn Minuten die meisten Punkte holt, hat gewonnen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Punkte zu holen. Entweder man berührt den Rücken des Gegners oder man berührt die vier Bojen in Reihenfolge. Ich verstehe es zwar immer noch nicht ganz, aber Flying Circus macht mir riesigen Spaß. Willkommen im Flying Circus Club! Super, bin dabei. Lasst uns alle gemeinsam am Sommerwettkampf teilnehmen. Ich freue mich schon drauf. Also, ich freue mich schon drauf. Untertitelung des ZDF, 2020